Wie ich das erste mal das Produkt gesehen habe, hat es einmal Interesse geweckt, weil es ein ganz anderer Ansatz war, als das viele, das man am Markt findet. Mein Name ist Winfried Mayer. Ich war bis vor kurzem als Techniker in der medizinischen Umgebung der MedUni Wien, als Professor für Biomedizinische Technik und Rehabilitationstechnologie tätig, einer der Schwerpunkte war funktionelle Elektrostimulation die letzten 40 Jahre und vor allem in der Anwendung für Querschnittlähmung. Und bei einem Besuch in einem Reha-Zentrum habe ich erstmals Kontakt gehabt zu diesem Exopulse-Suit, weil der zur Testung bereitgestellt worden ist. Und er hat mich natürlich interessiert von der Konstruktion, ein Anzug, der sensorische Funktionen über den Körper verteilt stimulieren kann. Und seither haben wir engeren und vertieften Kontakt. Und ich habe mich etwas mit den Mechanismen beschäftigt, die hier zugrunde liegen. Was macht der Exopulse-Anzug? Er ist ein Neuromodulations-Interface, ein technisches Tool für den Einsatz in der Rehabilitation. Und er bietet die Möglichkeit, an verschiedenen Körperregionen sensorische Reize zu setzen, die dann zentral verarbeitet werden. Der Neuromodulations-Anzug kann immer dort eingesetzt werden, wo es bei neurologischen Erkrankungen zu Bewegungsstörungen kommt. Das kann, wie ursprünglich ja der Ansatz war, bei zereo-paralletischen Kindern sein, das kann bei Schädel-Hirn-Trauma sein, das kann bei Schlaganfall sein, bei Querschnitt-Lähmung und auch bei neuromuskulären, peripheren Erkrankungen. Mein erster Kontakt mit dem Exopulse-Suit war über einen Patienten, der bei mir angefragt hat, was ich davon halte. Und ich habe ihm empfohlen, ihn auszuprobieren. Und er war sehr zufrieden und hat ihn weiterverwendet. Ja, einige Zeit später haben wir bei einer Patientin mit Tetrapegie im Rahmen der Erstrehabilitation noch einmal den Anzug ausprobiert. Und sie hatte zum Beispiel Schwächen in den Trizepsmuskeln. Und das hat dazu geführt, dass wenn sie die Hände nach oben gibt, die Arme eigentlich ungebremst herunterfallen können. Und wir haben in dem Bereich stimuliert und nach einigen Minuten war es dann möglich, dass sie leicht gegenhalten konnte und das Herunterfallen verlangsamen. Neuromodulation wirkt im Wesentlichen basierend auf vorhandenen Restfunktionen oder veränderten Funktionen, die man durch die künstliche Reizung über die Stimulation beeinflusst und in die richtige Richtung verändern kann. Für mich als Techniker und Wissenschaftler ist der Anzug ein Neuromodulationsinterface über den ganzen Körper verteilt, das man in den technischen Parametern und der Auswahl der Reizorte gut steuern kann. Und damit ist ein ganzes Spektrum offen. Man muss natürlich jede Anwendung und jedes Patientenproblem einzeln analysieren und dann die maßgeschneiderte Lösung machen. Aber grundsätzlich ist das Potenzial noch unabsehbar groß. Und man darf nicht vergessen, es ist ein nicht-invasiver Ansatz. Das heißt, man kann das probieren und wieder lassen oder weiterverwenden. Das senkt die Schwelle der Anwendbarkeit. Das für mich Alleinstehende an dem Anzug ist, dass er über den ganzen Körper verteilt Reize an der Hautoberfläche setzen kann, die man dann nach Regionen auch zuordnen kann und wo man die zentrale Signalverarbeitung im Rückenmark und weiter im Gehirn auch beeinflussen kann. Die Wirkung auf verschiedene Krankheitsbilder hat Gleichheiten und auch Unterschiede natürlich, aber grundsätzlich geht es in der Bewegungsrehabilitation einerseits um die Kontrolle über Spastik. Spastik ist jetzt nicht von vornherein etwas Schlechtes. Sie ist auch muskelerhaltend und gesundheitsfördernd. Andererseits ist sie auch mühsam und lästig und behindert Bewegungen. Und solche Bilder haben wir in verschiedenen Krankheitsbildern. Und die Ursache für diese Probleme ist natürlich immer anders. Aber in der Ausprägung kann man immer Einfluss nehmen auf die Interneuronen-Netzwerke im Rückenmark über periphere Signale, die hier ankommen. In der Regel merkt man schon nach einigen Minuten, ob der Anzug wirkt oder nicht. Die Hände Untertitelung des ZDF, 2020